Guten Abend, alle meine Freunde. Jetzt sprechen wir mit Mr. Ralf, unseren Gästen im Hilton Marshalem. Jetzt ist Mr. Ralf. Okay, wir sind seit zwei Tagen hier, sind das 8. Mal in Ägypten, haben schon etliche Hotels hier besucht und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind hier ganz herzlich aufgenommen worden und Zimmer sind für ägyptische Verhältnisse sehr, sehr, sehr gut und das Personal ist sehr geschult. Wir freuen uns, hier zu sein und wie gesagt, das 8. Mal zum Beispiel hier ist einfach herzell. Sehr, 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 sehr gutes. Wir machen schönen Urlaub hier und das freut uns auch. Nächstes Mal um ... Ja, das nächste Mal zum Beispiel im Teckimann-Nuranda hier. Jetzt ist es halt sehr heiß hier im Moment, aber alles okay. Und wie gesagt, getrennt wir essen. Das Essen ist wirklich sehr gut und wie gesagt, alles gut. Aber für deren Zimmer schreiben mit Mahmoud für Deluxe mit Meerbleck. Genau. Wenn ihr ein Zimmer möchtet, dann bucht ihr ganz normal über Reiseunternehmen und solltet ihr als solches ein Zimmer wollen, was eine bessere Kategorie hat oder höher ist, dann müsst ihr Mahmoud anrufen. Die Nummer wird dann sicherlich noch unter dem Video erscheinen und dann kriegt der Organisiert das alles vor euch und der ist ein Bombenkerl und der könnt ihr euch auch drauf verlassen. Alles gut. Danke, 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 Mr. Ralf. Auch unsere Gäste. Barbara, alles gut mit dir? Okay, danke, danke, danke. Tschüss, tschüss. 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 rating.